Hallo zusammen, wir haben Mittwochabend. Es ist der 28. Juli und es ist 17.27 Uhr, das heißt ich bin ein paar Minuten vor dem Schlusskurs von Xetra. Aber ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, deswegen traue ich mich hier auch den Film zu machen, dass er möglichst früh im Netz steht. Also nach wie vor, dieser Markt ist nichts Verändern, Lega, weil da gibt es keine Entscheidungspunkte. Wir hatten zwar mal hier einen und das hat einige böse erwischt, aber dieser Markt ist fest in der Hand vom Daytrading. Ich habe mal die Fibos angelegt und zwar von dieser Bewegung, die wir hatten, von 15.045 hoch bis zu 15.684. Da haben wir gestern am Donnerstag mehr oder weniger nur das 38er gesehen. Das war schön. Das war echt okay, kann man nicht meckern. Und was machen wir hier wieder? Wir hängen wieder an der 20-Tage-Linie, in der Mitte der Bänder, die gar kein Signal geben. Null, nichts, überhaupt nichts. Also wir sind hier neutraler, kann man nicht sein. Genau das Gleiche. Es tut mir leid, das wieder sagen zu müssen, ist hier das MACD und die Storastik ist auch wirklich auf einem Niveau, da kann man nichts wollen. Dass die hier bricht, nehme ich nicht ernst. Mir sind halt die extremen Punkte wichtig. Das heißt, vom Tag her ist das alles völlig neutral. Vier Stunden. Ergibt sich auch nicht viel anderes. Wir haben gerade eben den 20er-gleitenden Durchschnitt gesehen, so bei 15.585. Wir sind auch hier neutral, auch hier neutral. Es tut mir leid, mich zu wiederholen, aber auch vier Stunden bringt nichts. In diesen schnellen Kurzfristmärkten ist die vier Stunden überfordert. Die kann überhaupt nicht reagieren. Da passiert nicht viel. Gucken wir mal auf die Stunde. Auf der Stunde. Wir sind ein bisschen über dem 200er-gleitenden Durchschnitt, ein wenig über dem 10er, ein wenig über dem 20er. Wir gelten als überkauft ohne Verkaufssignal in der Storastik und wir sind völlig neutral über das MACD. Also, so leid es mir tut, die Chartpunkte sind wichtiger. Und die Chartpunkte sind bei mir hier dieser Bereich 15.420 und im Moment die 15.700. Das sind für mich die wichtigen Punkte. Was ich beim Daytrading, ab und zu mache ich das ja mal, gemerkt habe, ist, was eine sehr schöne Zeiteinheit ist, ist 10 Minuten. 5 ist mir einfach zu heiß. Aber 10 Minuten gefällt mir eigentlich ganz gut. Das geht. Da kann man auch mal zwischendurch mal sich ein Brot schmieren, ohne dass man gleich pleite ist oder super reich. Ich habe diesen Schein hier ausgesucht. 15.165. Da liegen wir ziemlich genau hier. Der ist deutlicher unter dem letzten Low und liegt hier in einer schönen, fetten Comfort Zone. Der hat einen 38er Hebel, fast 39ers. Also keine kleine Option. Ist ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH9B2N. Bei einem Short, sprich bei einem Put, muss ich hinter das All-Time-High gehen, gar keine Frage. Und nach wie vor, ich gehe mal auf den Tag nochmal zurück, hat der Markt natürlich die Chance, hier rauszugehen. Die hat er. Aber ich hatte wirklich gehofft, er nutzt diesen Anlauf hier. Wenn man dieses Momentum, zack, kommt China und schon ist er wieder runter. Trotzdem muss ich den hier hinterlegen und idealerweise sogar noch hier hinter. Hinter die 15.914, das ist das obere Band. Und da habe ich mich auch für diesen entschieden. Das ist ebenfalls ein 40er Hebel. Open-End, 15.962. Das ist die GH6FBS. Der kommt allerdings nur ins Spiel, wenn wir hier deutlicher unter die 15.421 gehen. Der Markt, es tut mir wahnsinnig leid, ist völlig neutral, ist ganz fest in der Hand der Daytrader. Endanleger haben wir nicht zu suchen, deswegen wird es auch keinen größeren Schwung jetzt irgendwie geben. Wenn kein Geld da ist, im Sinne von die Endanleger investieren massiv in irgendetwas rein, dann bleiben die Daytrader unter sich und das ist halt einmal 100 Punkte hoch, 100 Punkte runter. Sorry to say so, aber es ist so. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.